Das ist der gelbe Behälter, den wir suchen? Willst du mich verarschen? Da müsste irgendwo noch ein kleinerer sein. Ja, das will ich hoffen. Hier ist sonst nichts. Na schön, nehmen wir eben den ganzen Scheiß-Tank mit. Der sollte wohl reichen. Sollte er wohl. Hey Charles, das ist doch scheiße, oder? Sobald der Schierling nicht mehr mit Dünger besprüht wird, wird er aufwachen. Und er wird alles hier zerquetschen. Einschließlich uns. Pestizid-Anzeige gesunken. Jetzt bei 8 Prozent. Ach scheiße. komstizid-Anzeige gesunken. Wir müssen uns beeilen. Schöne Scheiße, ich versuch's ja! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Die Situation ist kritisch. Wo ist der Typ an der Pumpe? Ist der abgehauen oder was? Pestizidanzahl gelösst. Jetzt bei zwei Prozent. Die werden alle sterben. Von mir aus, du zuerst. Was zur Hölle dauert denn so lange? Erstick an deinem Pestizid und dreckst Ding. Das war's. Rauchpause. Hast du den Behälter?